Was bringt grüne Spitzentechnologie von Deutschland nach Kalifornien? Unternehmerischer Mut. Die KfW IPEX Bank unterstützt mit maßgeschneiderten Finanzierungsstrukturen Exportvorhaben deutscher und europäischer Unternehmer. Zum Beispiel für innovative Transportinfrastruktur. Long Beach Container Terminal – Impulse für Elektromobilität. Der Greenport zählt zu den größten Häfen der Welt und wurde bereits mehrfach für seine engagierte Umweltpolitik ausgezeichnet. Ein wichtiger Baustein dabei sind 72 Automated Guided Vehicles, kurz AGV. Die fahrerlosen, batteriebetriebenen Fahrzeuge übernehmen vollautomatisch den Containertransport. Sie arbeiten emissionsfrei und entsprechen damit der Umweltvision des Hafens. Hergestellt werden die Fahrzeuge von Tarexport Solutions Düsseldorf. Die KfW IPEX Bank begleitet diesen deutschen Hafenausrüster bei seinem ersten Schritt in den Wachstumsmarkt USA. Die Unterstützung von Spitzentechnologie made in Germany zählt zu unseren zentralen Aufgaben. Wir sichern Internationalisierung und setzen unsere Strukturierungskompetenz und unser Branchen-Know-how weltweit dafür ein, zuverlässige Finanzierungslösungen für die Exportprojekte unserer Kunden zu gestalten. Spitzentechnologie 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 Untertitelung des ZDF, 2020